So, ich bin mir sicher, dass hier das Secret Exit ist und da kommt einfach, da kommt einfach eine Plattform. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung, wie man da rüber kommen soll, weil ich bin ja da schon mal. Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Wie soll man auf so einen Blödsinn kommen? Es wird einem ja nicht, wenn es einem wenigstens gesagt würde. Irgendwie so, ja, keine Ahnung, jetzt ist es, ja, selbst das würde nicht, ich würde es nicht verraten. Ich weiß nicht, wie man es, wie man irgendwie einen Hinweis da geben könnte. Jetzt seht ihr mal, wie lange man hier warten muss. Das ist übertrieben. Das ist für mich kein gutes Secret. Ich meine, es wäre gut, wenn man das irgendwie mit einem Sprung gerade so schaffen könnte. Aber einfach warten ist irgendwie, finde ich, das finde ich schlecht. Von da es ja keinen Hinweis gibt. Wenn man sehen würde, da bewegt sich irgendwie was. Das wäre, das wäre ein guter Hinweis. 42. Damit müsste ich jetzt alle Secret Exits eigentlich haben. Aber es fehlen halt noch irgendwie zwei, von denen ich nicht weiß, wo die sein könnten. So, ich würde sagen, dann auf in Kapitel 19. Die gruselische Schießerei. Die grünen Schießerei. Die grünen Schießerei. Grusel sieht das jetzt nicht aus. Hä, wo ist das denn Grusel? Hä? Ich komme da gar nicht hoch. Hä? Was geht denn von der Seite aus? Ich meine davon aus. Ja. Das war nicht mal absichtlich. Das war nicht so. Das war nicht so. Das war nicht so. Ja, ist schon gruselig schwer. Wieso raum wird das? Oh. Oh, das ist tatsächlich ein Siegwinn. Hä, das ist ein... Kann ich da rein? Da kann ich nicht rein. Geht's hier weiter? Oder ist das ein Siegwinn? Sieht nicht aus wie ein Siegwinn. Oder ist... Doch, das könnte ein Ausgang dann sein. Und das ist wirklich ein Siegwinn hier. Ziemlich groß ist. Ja. Ja. Aber dieses Gruselschiff ist immer noch... Ist falsch übersetzt in meiner Meinung. Ich weiß noch nicht wie man gruselig... Falsch übersetzt, aber... Das passt nicht. Wäre es jetzt nicht rausgegangen, oder? Das war ja erst eine Münze da. Oh. Ich bin tot. Ich hab die Kamera leider gedeadlockt. So, jetzt kriegt sie sich wieder. Äh... Hier... Funktioniert die Kamera nicht wirklich an dieser Stelle. Ach du Scheiße. Ich hoffe, ich hab die zweite Münze gespeichert. Gott sei Dank. Nee, aber da geht's nicht raus. Au. Aller. Ja. Ich hab die Kamera auf Mustang gehört. Ah, so easy ist es. Wo? Achso, die Kiste hängt wahrscheinlich an den Seilen dran. Den könnte man jetzt damit zerstören. Ja, aber braucht man ja nicht. Also könnte man, wenn sie keine Glücksschraube hätten. Perfektes Timing. Ich komme hier gar nicht mehr weg. Okay. Das ist wieder mal super toll. So, achso. Ich habe die sogar noch gekriegt. Ne, aber zurück gehen finde ich nicht. Ist das irgendwie ein Schlüssel? Das hier. Ja. Will ich die? Ich will die eigentlich schon. Ja. Kriege ich die? Ja. Und da unten ist nichts, Kissen. Aua. Wow. Ich bin ein Held. Ein echter Super-Held. Ach du Scheiße. Der hätte ich früher drauf landen müssen und rollen. Aber leider dadurch, dass ich diese eine Kiste am Anfang liegen habe. Diese hier. Ist da ein bisschen hängen geblieben. Oh ne. Oder nicht? Wer ist da reingegangen? Ich glaube. Wo bin ich lang? Ich hasse euch Entwickler. Ich hasse euch unglaublich sehr. Das gibt's gar nicht. Ich kann da jetzt nicht hin. Also ich brauche Lady. Und muss hoffen, dass es durch die Opferung funktioniert. Also ich brauche Lady. Tja. Alles oder nichts. Es wäre sogar beinahe ohne Opferung gegangen. Aber ich musste sie einmal zurückholen. Weil ich glaube, hätte ich die nicht schnell genug einsammeln können. Oh ne. Oh ne. Hä? So. Ähm. Ach es geht weiter nach. Oh. Es geht leider hier weiter. Oh. Das ist schon das Ziel. Uff. Bambeson. Bambeson. Nummer 43. Was hast du denn zu sagen? Und wie hast du? Oh. Wie unhöflich. Wie war es mit anklopfen. Ich habe gerade meine Rohre gereinigt. Schon wieder. Eine mit Rohren. Raus hier, bevor ihr meinen Rhythmus stört. Was? Und kletter bloß nicht über meine Berge. Deine Berge? So? Uff. Was? Es gibt Bläse hier. Ist auf jeden Fall real. Ey. Kommt er... Kommt er runter da. Blö blö. Du kommst jetzt. Mogrenk. Flicken wir. Ich geh da raus. Hm. Geht nicht da raus. Okay. Ich geh raus. Wieso? Was ist hier? Ist da irgendwas? Was? Soll ich vielleicht hochkommen? Ja, mach doch. Soll ich vielleicht hochkommen? Ja, hab schon verstanden. Ah, ein Tipp. Ja, das ist genug. Okay. Ein Geheimnis versteckt sich irgendwo... Nee, echt jetzt? Es ist komplett, aber keine Tipps. Aber irgendjemand wird es schon finden. Schau doch mal online. Was für Arschen? Hä? Wir hatten ja schon mal so... so ein... Aber diesmal ist wohl die Karte nicht gefragt. Moment, was ist das denn hier? Sieht ja auch nochmal aus wie so ein Bientalion-Ding, die... Das heißt, es gibt... ...noch irgendwo ein Secret Exit oder so? Ein Geheimnis. Online schauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass... ...dass sie... ...damit auch irgendetwas meinen. Aber ne... ...das Spieß kann... ...kön... ...macht das ja keinen Sinn. Hm. Das ist schon seltsam. Eine Kiste. Boah. Echt mal. Einfach vorhin. Nee. Ähm. Ach, ich kann die Kiste da runter kloppen. Mehr kann ich nicht machen. Au. Au. Autsch. Das war jetzt nicht meine Absicht. Okay, vielleicht doch. Was ist das, wenn man wirklich online nachschauen muss? Und... ...der Hinweis von den Antikern selbst irgendwie ist... ...das wäre... ...seltsam. Ach. Pust. Heißt, jetzt kommt noch ne verrauchte Version oder so. Ja. Smog. Oh je. Was ist denn los? Ja. 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 Oh. Ich sehe gar nichts hier drin. Nein. Komm. Es ist der erste Raum. Gibt's noch nicht. Na jetzt haben wir Wolken. Uah. Kann man da drauf noch stehen? Nee. fine. Eller mal eine. Och. Oh. 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 Hier ist das jetzt nicht so geheim, da geht es einfach runter. Was ist denn oben? Ah, ein Item. Hier sind Kisten. Aber die kannst du ja nicht kaputt machen, weil sie leider in der Luft sind. Der Checkpoint hat ausgelöst. Und da links geht es rein. Zum Glück. Die Tür kann ich nicht, oder? Warum ich jetzt die Animationen gecancelt habe, weiß ich nicht, aber gut, vielleicht. Oh, das ist nämlich der Eingang. Tlingeling. Tlingeling. Aber das ist ja nicht lange gut gegangen. Aber die erste. Das ist ja nicht so. Die Rücken sind halt... ...die angenehmere Form von einem bröckelnden Plattform. Ähm... Da war grad ein Strahl, der sich aber nicht aktiviert hat. Oder nicht bis da... Er wird bis nach unten angezeigt, aber geht nicht bis da. Okay, dann sind wir wieder... Oh, ja, danke. Da oben wär noch was. Wie auch immer man da hinkommt, da bräuchte man was zum Schießen. Gab's da was? Naja, da gäb's etwas. Wenn man noch Lady hätte. Ist zwar eigentlich nur... Ja, es kann halt so eine blaue Feeder sein, die eine Mütze gibt, ne? Und ich halte das für sehr wahrscheinlich bei sowas. Das ist so schwer zu erwarten. Reichen ist. Das ist jetzt schon. Ey, hier ist auch noch eine Glocke. Nein. Das ist gemein. Ich habe da. Angenehm Zeit. Oh Gott. So, mit Lady ist man echt gut in der Bewegung. Ja, das ist safe in der Münze. Nein! So, ob ich mir die hole. Ich hole sie mir. Ah, ich hole sie mir anders. Ich hole sie mir so. Ist das ein Spawner? Ja. Scheiße, nein. Nein, ich habe das Spiel verpackt. Kacke. Ich bin gestorben und dann in die Tür reingegangen. Ich kriege alles hin, Mann. Ich kriege jeden einzelnen Bug raus in diesem Spiel. Ich kann jetzt leider nicht mehr durch diese Tür hier gehen. Und sterben leider auch nicht mehr. Nein! Ihr wollt mich verarschen! Warum? Warum? Die Sache ist, das überrascht mich nicht. Es ist das, was so traurig ist. Es überrascht mich halt kein bisschen. Vielen Dank. Aber auf das Zeug sammeln habe ich jetzt, ehrlich gesagt, keine Lust mehr. Also, abgesehen von der Münze. Die eine Münze, die ich hatte, weiß ich auch nicht. Musste ich da irgendwie hier was holen? Ich glaube schon. Nee, musste ich nicht. Also, müsste man, müsste man. Wenn man... Wenn es einen interessieren würde, dass Blaney hier verliert. Zwangsweise, wenn man mit Glupsch-Augen-Gegnern spielt. So, erste Münze wieder. Wer hatte ich ja nicht. Jetzt muss ich nur noch wieder an diese Stelle kommen. Und zwar... ...als nicht-Zombie. ...und diesen Ballen hier habe ich auch noch. Oh ja, mit dem Bombe. Und diesen Ballen hier habe ich auch noch. Oh ja, mit dem Bombe. bin ich noch genug. Oh ja, natürlich. Sorry. J夯-Juke-Juke! Das war mal, weil ich nur noch所fen kann. Maniale Geist. Ich habe noch nicht. Ein Gerufen dwarf. Jetzt komme ich da auch einfach so ran. Tausche ne Bombe gegen ne Bombe, oder? Ne, achso Federn waren 10 Stunden. Aber ich höre hier irgendwas. Es scheint nichts zu sein. Was ich erreichen könnte. Ahja, hier war ich ja auch schon. War das nicht das, wo ich zum Zombie würde? Nein? Ne. Ne, das war dem Raum, wo ich gerade irgendwann... Da konnte ich hier nicht hin. Hm. Wir machen erst mal den hier. Nein, wieso muss ich denn anfangen zu drehen? Das bringt mich nur um. Das hat keinen Vorteil. Absolut nicht. Nicht bei mir. Nein. Oho. Oho. Was ist hier? Ja. Okay. Ist die zweite Münze. Alles klar. Weiter geht's. wieder ein paar Minuten, ohne dass ich mir ständig Sorgen mache, dass ich was verpasst habe. Ich mach die jetzt kaputt. Nein, ich mach sie nicht kaputt. Nee, mach ich echt nicht. Beim ersten Mal hätte ich's schaffen können. Und jetzt sterbe ich wahrscheinlich. Ja. Ohne Laylie bin ich verloren. Ohne Laylie bin ich verloren. Ohne Laylie. Ohne Laylie. Dann haben wir schon drei. Moment. Wo bin ich denn? Ach so. Das war ja alles... Nee. Doch, doch. Ich bin jetzt da. Wo ich vorher... Leck mich. Nein. Das kann nicht sein. Was? Warum? Warum hab ich das getan? Ich kann's euch nicht sagen. Ich... Ich kann's euch nicht sagen. Oder warum ich... Ich bin so schlecht. Das ist... Das gibt's ja nicht. Ich... Ich dachte, ich wär jetzt genau wieder an derselben Stelle. War ich doch auch, oder? Oh mein Gott. Ja, natürlich. Ich bin wieder aus derselben Tür rausgekommen? Bin ich in dieselbe Reihen? Bin ich so... Bin ich eben nicht. Man geht in ne andere Tür. Das hat mich so verwirrt. Warum? Warum machst du ne Rolle? Huh. Genau. Man geht jetzt nämlich in die Oberr und kommt aber... Ja. Das... Da bin ich nicht drauf klar gekommen. Deswegen war die Tür auch offen. Mann. Gibt's ja nicht. Da bin ich dran. Naja. So, hier haben wir einen Kreis. Sollte nicht so schwer sein. Nein. Da ist nichts. Sieht nur so aus. Checkpoint. Danke. Das ist Nummer 4. Das ist Nummer 4. Komm. Zu früh. ist nicht so schön. Da ist nichts. Manches. Äh, muss ich da dazwischen stehen bleiben, irgendwie? Wirklich? Oh. Na toll. Anders funktioniert halt das Timing nicht. Das ist ja nicht. Das geht aber. So, hier will ich. Hier. Oh. Schade. Aber da war ja ein Checkpoint. Aber ne, ne, eine Glocke. Ein Checkpoint. Ein Checkpoint war ein bisschen woanders. Okay, wofür könnte ich das jetzt noch gebrauchen? Ah, ich weiß wofür. Für dieses... Für diesen Horror. Ja, genau. Sie wollten das Horror-Schiff nennen. Weil das Level der Horror ist. Das ist echt gruselig. Easy. Ähm. Und Ziel. 44 Bienen. Go Jelly. So. Und damit haben wir jetzt nicht mehr viel übrig. Aber tatsächlich würde ich jetzt noch ganz gerne zumindest den Ort von diesem Kapitel suchen, damit ich mich da dann wieder hin-teleportieren kann. Ah, naja, da unten. So, hier. Eine der letzten Herausforderungen. Die absolut kein Problem ist. Wie immer. Der Lohrenwagen. Der hat, der hat das Level. Findet er das, um mich zu stoppen oder so? Das sticht mir einfach zu sehr ins Auge. Muss ich noch holen. Negativ filmen. Oh Gott. Okay, aber dann. Bis zum nächsten Part dann. Wir sehen uns. Oder hören wir uns. Bis zum nächsten Mal. Okay. Vielen Dank.